Jans und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot Level 7 von Bären. Barfüßler schichten Level ohne Schuhe zu tragen ab. Können wir Schatten, Töte, 35 Klöger mit Tritten. Mal schauen! Nun ja! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir haben seine Waffe zumindest, aber... Ob uns das was bringt, I don't know. Holy smokes! What the actual... Hohohohohoho! Crazy shit! Waffe! Okay, ich hätte halt die Schuhe eigentlich ausziehen sollen. Damit wir die Zwei-Ständer wenigstens fliegen! Was macht die da wieder für Mist? Was macht die da wieder für Mist? Okay, die Waffe ist leer. Komm! Okay, warte, dann geh ich zurück zur Karte kurz. Äh, wechseln auf die Barfüße! Füße! Und dann nochmal gewohnen! Okay! 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 So! 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 Okay! Oh! Hohohoh. Gibt's hier drüben irgendwas? Ich seh nix! offensichtlich war das ein skelett noch ein skelett ja moin was wollt ihr mit den Es wird nix, sorry, es wird nix, nur mit den Füßen die Leute anzubringen. Noch ne Waffe. Tut mir leid, ich könne hier nichts durchrushen, wie ich das gerne mögen würde. Ist das doof. Ja, das werden wir nicht schaffen, so wie es geplant ist. Okay, so hätte man es auch schaffen können. Naja gut, dann halt. 48, ich brauche Füße, wenn ich das 2 Sterne. Weiter geht's mit Level 8. Pazivist ohne Leute zu töten, schließen den Level ab und schauen zu deinem Neighbor. Gut, schauen welche Schuhe wir hier freigeschaut haben. Breche Leichen explodieren, noch einigen Sekunden. Können wir gerne mal alles probieren. Level 8, Pazivist wird nix, kann ich jetzt schon sagen. Gut. Soll ich vielleicht nicht unbedingt zu den Leichen hinlaufen? Hm? Sollt die leiden. Soll ich einigen. Noch nicht? Soll ich es nicht? Wir müssen Sie. Soll ich jetzt! Soll ich den Leichen. Soll ich den Leichen. Soll ich den Leiche, Guck dir. Soll du das. Ich glaube, irgendwann wird mal in dem Fahrstuhl eine Tür sein, die man sicherlich schnell übersehen wird. Es kann schnell nach hinten losgehen mit den Leichen. Oh, shit. kurz in alle Fahrstühle reinschauen nix oh Gott lass uns sein mit den scheiss Granaten oh ne nicht wieder diese Mäuse ok es ist schlau aber auch irgendwie doof mit den gleichen jetzt legt das in die Lieder völlig obwohl es nicht legt so wie wir die Schlangen wieder mal ok die Schlange skultieren komischerweise nicht ok ich hätte jetzt gewettet ok wenn wir da drauf drücken gehen ich fahrstühle auf sonst noch jemand niemand 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 sorry dass manchmal eben das Spiel irgendwie leckt könnte das wieder unser Tod sein ok wir müssen andere Schuhe auswählen die Schuhe sind cool aber auch nicht cool können wir mal das machen die Köpfe sind riesig mit den kleinen Mäusern und Ratten mit den kleinen Mäusern und Ratten und schauen wie das aussieht die Schuhe sind sieht zumindest auch schon wieder mit denen lustig aus bada boom bada bam Okay, ja, das ist niemand von vork da. Okay, der war das wieder mal. Diese kleine Erwachsen. Okay, die Schlangen sind auch gross. Die Schlangen haben riesen Köpfe, junge, junge. Ah shit, wieder keine. No, okay, das war knapp. Okay, jetzt wieder. Halt zu schwer, ey, was ist ein Massaker? Junge, junge. Alter, schaut es euch an, das Blutpart hier. Ah, da war das Skelett. An der Exit. Die waren so knapp davor. Ah ja, 69. Ohne Scham, never. Junge, junge, das Game an ich mal. Lemnon, Marktmacht. Speedrun, töten 30 Schläge mit Kopfschuss. Hm. Und die Köpfe sind ein bisschen groß, da geht es aber umso besser. Und die Köpfe sind ein bisschen groß, da geht es aber umso besser. Ja, das sind zwei, drei, zwei, drei, 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 drei. Ohne Schäge. Ohne Schäge. Ernsthaft? Was sind denn das für Dinge? Ich find's cool, dass eben neue Ganger hinzukommen. Alter, ist die schwierig zu kriegen. Okay, die sind echt hart, die sind hart, ich versuch's zumindest mit dem Kopfschüssen, aber das wird nicht klappen, die können sich einfach ducken und so weiter. Kein Wunder, ist das ein Ziel hier mit dem Kopfschüssen, was unglaublich schwierig ist. Was machen Sie noch so dumm? Lass doch sein! Die sind echt mies. Hier war ich kurz, bevor ich irgendwas hier löse, ganz kurz einmal langlaufen und ran. Okay, nix. Schöner Geldversteck? Könnte was unten sein, aber ich glaub nicht. Ja, ne, gar nichts muss, will ich jetzt lieber nicht. Obwohl... Hat glaub ich nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Uuuuh, schön. Boah, was ist das? Wie viel Müttern hat man da? Okay, vier Stück. Können wir gerne mal mitnehmen. Wie viel Müttern hat man da? Ach so ein Vieh. Ach so ein Vieh. Da brauchen wir eine andere Waffe. Ich weiß, ich bin manchmal schon ein bisschen so eine Schisshase. Aber... Warum... Sachen, äh... Wann lernen verschwenden, wenn man es auch einfach machen kann? Ein bisschen Musik hören kann. Wir haben bestimmt irgendeinen Sieg. Schätz ich mal. Aber gut. Ab ins Ziel. Das war's. Level beendet. 40 Gegner. Geschafft. 30 Schüsse im Kopf leider nicht. Schade. Aber dann würde ich sagen, war's das schon wieder für diese Folge von Englfurt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Halt rein. Tschüss!